Kein Cutstorming? Nee, ich hab nur noch zwei gehabt. Ich brauch ganz viel Holz. Na toll, ich arbeite dran. Nur erstmal noch schnell ein paar Bier ansammeln hier, sonst ist gleich Ende. Ich hab zwölf Holz. Na wo zwölf? Oh, jetzt geht's so dunkel hier. Mist. Dann ist der große Baum, den hack ich jetzt um. Sagt er und wurde erschlagen vom Baumfritzen. Ihr seid am Weg dran, wa? Ja. Oh, perfekt. Haben wir hier noch schnell? Oh, Gott sei Dank. Sollen wir da vielleicht schon mal so ein großes Lagerfeuer hier bauen? Ja, ich hab eins schon vorbereitet. Äh, nicht bauen. Muss das bloß noch setzen. Äh, ich brauch unbedingt noch, äh, Rocks. Ich hab grad alle meine Böhmchen auch gebraucht. Die Rocks. Was denn, ganz normale Rocks? Ja, ganz normale Rocks. Hup. So. Dann mach ich nochmal Cutstone. Dann kann ich jetzt nämlich die Sands, die zweite bauen gleich. Mh. Mh. Ich dazu, hier irgendwo. Näher müssen, ja. Und was? Gubbel, 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 gubbel. So. Mann, was für eine Gegend ziehen wir hier die Kack auf dem Weg. Habt ihr noch, äh, dieses Cut Grass? Ja, sieben Stück. Cut Grass. Ja. Mal her damit. Komm mal. Ich geb es dir. Nein, ich hab's hingelegt. Da. Nimm die Haare. Hast du auch noch was? Von dem Cut Grass? Ja, ja. Warte. Und, äh, Scheiße. Bitte. Ja. Ich hab Scheiße, ich hab Scheiße, ich hab Scheiße hier. Ganz viel Scheiße. Sechs, sechs Scheiße hab ich. Sechs Scheiße. Sechs mal Scheiße. Wo, wo, wo seid ihr? Wir brauchen Feuer. Schnell. Ari. Ja, warte, 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 warte. Ari, schnell. Das reicht noch, das reicht noch. Ganz ruhig. Ari, schnell. Das ruhig. Ari, verheilt dich doch. Oh Gott, es will, mach doch schnell Feuer an. Oh. Er dreht völlig hoch. Geh doch mal nach rechts noch von dem Ding weg. Ich bin ein bisschen weiter rechts. Geh rechts. Ja, warte doch. Es geht auch. Habt ihr Sam? Ich hab noch. Ich muss ein Kaninchen töten. Sorry, Kaninchen. Ja, ich auch. Nein, nein, nein. Nein. Was ist das denn? Nein. Bist du tot? Ich hab euch nicht gefunden. Nein. Nein. Warum hast du kein Feuer gemacht? Ich war dabei, aber es hat sich nicht gesetzen können. Verdammt. Nein. Was ist denn jetzt? Kannst du dich wiederbeleben? Wir können ihn wiederbeleben. Wir brauchen noch so ein komisches Ding, war. Irgendwas brauchen wir dafür. Wo warten wir? Äh. Äh. Bei dem Büffeln weiter einfach Richtung Norden. Du darfst nicht herkommen, sonst geht unsere Geistesgesundheit runter. Oh, er ist ein Geist. Oh, er ist ein Geist. Ach du Scheiße. Wo ist denn das Ding? Also wie können wir ihn wiederbeleben? Da gibt's ja so ein Gerät. Ich überleg gerade, was das ist. Irgendwas mit einem Heart oder irgendwas heißt das. Find's aber gar nicht. Können wir damit jemanden im Multiplayer wiederbeleben? Ja. Das wird jetzt interessant. Was kannst du denn da machen als Geist? Für mich selbst nichts. Außer uns auf den Geist gehen. Witzig. Ja, witzig. Äh. Ich war ganz im Norden. Weiter Norden gegen mich, wo ich war. Äh. Äh. A life-giving Amulet vielleicht? Ne, ich glaub das nicht. Wie heißt denn dieses Ding? Total. Ich hol mal Kacke. Überbraucht man dafür Spinnen, so'n Spinnenglibber. Kacke und Karnickel. Ja, willst du? Ne, ich hab Samen gefunden. Die brauchen wir ja auch. Oh, da ist schon Kacke. Wollt ihr schon bauen? Noch mehr Kacke, noch mehr Kacke. Ach, da sind wieder diese hässlichen Blumen, die einen kaputt machen. Ufa. Kann das sein, dass du uns geistigen Zustand abziehst, selbst wenn du weit weg bist? Oh. Ja, tut er. Oh Gott. Wo seid ihr denn? Tatsache. Wir müssen ihn ganz schnell wiederbeleben, glaub ich. Ja. Ich find, ich find euch nicht mal als geistig. Ich schweb hier die ganze Zeit rum und, und nein, gar nicht. Denn dieses Ding, ey. Ich hab schon wieder Halluzinationen, ey. Mist. Ja, das hier heißt das hier, Healing Surf heißt das Ding. Ihr seid, ihr seid in diesem Gras hier, Johanna, oder? Healing Surf, das reicht. Ich glaub schon. Desinfected for Q, Cuts and... Aber ist das nicht einfach nur, um sich selbst zu heilen? Was ist das? Weiß es nicht. Aber das ist das, was man dazu braucht, glaub ich. Ihr seid noch im Garten hier, ne? Ja. Oh, ja. Ah, ah, ah! Oh, hab ich mich erschocken. Ah, bleib weg, bleib weg, bitte. Ja, genau. Du bist... Wo seid ihr denn jetzt? Du bist doch hier, ich seh dich doch da! Du bist doch... Nach oben, nach Norden, Norden, Norden. Einfach da weiterlaufen. ...dreimal und einmal dieses Spinnenglibber. Spider-Clan. Haben wir noch Spider-Clan? Hat irgendwer Spinnenglibber? Nee. Gibt's hier irgendwo einen Spinnenglibber? Dann würde ich Abigail draufjagen. Ich brauche einen Spinnenglibber. Oh, die brauchst du essen. Ach, hier ist auch wieder so ein komischer... Nein, das ist wieder so ein blödes Vieh, was einen sofort tötet. Gott, ey. Mein Geistergesundheit geht aber auch ganz schön in den Biegel. Nimm mal die, genau. Die Geister, die ich... Ähm... Hast du noch... Nee, du hast keine Scheiße mehr, aber... Pflanzt auf jeden Fall schon mal. Ich hab noch ganz viel Scheiße. Ich hab acht Scheiße. Du brauchst zu essen. Du brauchst essen? Warte, ich hab gerade... Ich brauch auch gleich essen. Oh Gott, nein, da kommt der Geist wieder. Oh Gott. Ich hab's nicht gefunden. Wo? Im Norden irgendwo. Ich war ein Norden. Ich war ein Norden. Sind hier irgendwo Spinn? Da ist nichts weiter. Weißt du das? Nee. Der endet dann und dann ist da nichts mehr. Echt dummisch? Oh, ich hab die Bienen an den Griff. Verdammt! Lauf! Lauf! Ach hier, guck mal. Hier ist einer gestorben. Hier liegt ganz viel Zeug. Das war ich. Alter, was hast du denn das Bein hier gehabt? Vieles? Ja, ganz viel, ey. Ja, ganz viel, ey. Wahnsinn. Pass auf, da hast du das Schwert dabei. Ach du Scheiße. Zeig mir gerade mal. Hattest du was zu essen? Es ist hier irgendwo Spinnen. Ich brauch Spinnen. Geh mal von meinem Körper weg! Ja, ich lass das erstmal liegen. Geh mal von meinem Zeug weg! Der klaut mein Zeug! Wo hab ich denn jetzt die Falle gesetzt? Nein! Schade, fasst ja das viel. Die Falle funktioniert aber nicht, wenn du das schiesst. Ich kann, ich kann Hasen verjagen. Ja, toll. Das hilft mir natürlich weiter jetzt. Oh Mann. Buhuh. Ich hab zehn Kacke. Zehnmal Kacke. Zehnmal Kacke. Zehnmal Kacke. Mann, in die Hasenfalle will einfach nichts reinlaufen. Hier oben ist Spinnen. Spinnenzeug. Wo, wo, wo? Wo? Hier oben. Oh ja. Hier oben. Beim Grünen zum Übergang zum Braunen. Der anderen Seite. Oh Gott, ich muss essen. Ich hab nichts zu essen. Auf der anderen Seite. Ganz nach oben auf jeden Fall. Wenn du den Weg hoch und dahin gehst, weiter, dann müsste ich da irgendwo stehen. Dann kommt da erstmal so ein kleines Stück. Bei der Wegkreuzung irgendwo? Genau, bei der Kreuzung steh ich jetzt gerade. Auf der Kreuzung steh ich. Aber ich stehe auch auf einer Kreuzung. Du stehst auf einer anderen Kreuzung. Ich stehe auf einer anderen Kreuzung. Wo ist er? Ne, die zweite Kreuzung. Noch weiter hoch. Also, bei dem Buschgebiet vorbei. Bei dem zweiten oder wie? Wie weit seid ihr denn jetzt gelaufen, meine Güte? Also von unserer Basis aus direkt nach oben. Ja. Da sind noch zwei Kreuzungen. Ja. Und die zweite oberen. Oh Gott, wenn ich da angekommen bin, wäre ich glaube ich sterben. Du bist woanders. Du bist echt woanders. Da wäre ich verhungern glaube ich. Hä? Also von unserer Basis aus direkt im Norden? Bist du da nen Weg lang gegangen? Ich brauche was zu essen. Ja, da sind sogar ganz viele Wege. Da sind wir doch mal lang gegangen gegangen. Ey, ich hab das was immer nicht. Wir müssen erstmal zurück, erstmal zurück Essen suchen und dann... Oh Gott. Ich bin fast tot. Oh, ich hab nur zwei Hunger. Nein. Scheiße, ich bin auch fast tot. Äh, bist du bei unserer Farm? Bist du bei unserer... Ach, da bist du. Da, da. Da hätten wir einfach nach oben laufen müssen. Ja, machen wir gleich. Oh Gott. Komm mit. Oh, oh, oh. Bär an, Bär an, Bär an. Ich höre dir. Äh, mach Feuer an, mach Feuer an. Oh Gott. Wir haben keine Scheiße. Ich hab nichts zum Feuer. Ich hab Scheiße, ich hab Scheiße. Ich komme, ich komme. Ich war... Ah, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Oh Gott. Geh weg hin. Ich hab Scheiße, ich hab Scheiße. Ich hab dir das gegeben. Du hast ne Möhre. Du hast ne Möhre. Du bist die Möhre. Ich muss die Scheiße aufs Feld machen, ne? Oh Gott. Ja, aufs linke, aufs linke. Mach die Scheiße aufs Feld. Nimm dir das und, äh, los. Ich hab keinen Platz mehr. Was da? Nein. Warte. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hab noch Samen, ich hab noch Samen. Kann ich schon irgendwas pflanzen? Nein, du kannst, äh, Scheiße drauf machen. Düngen, düngen, düngen. Oh Gott eben. Fertilisieren, fertilisieren. Mehr, mehr. Ja, ja, mach ich. Ich mach's abwechselnd. Links und rechts. Wenn ich bei den Palisaden bin, wo muss ich langlaufen? Hahahaha. Nach oben. Nein. Ich hab die Sagen gegessen. Seid ihr überhaupt noch in dem, in dem Buschgebiet drin? Ach, das muss ich mir doch sagen. Da hab ich die ganze Zeit gesucht. Da bin ich gestorben. Mann. Die geistige Gesundheit geht einfach nicht hoch. Ja. Warte, ihr wisst doch. Ich hab noch ein paar Mal gefragt, welches, ob ihr immer noch in dem Buschgebiet seid. Keine Antwort. Hahahaha. Sollten wir nicht vielleicht mal die Berry-Büsche pflanzen? Ja, 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 ja. Gute Idee. Die haben keine Scheiße. Doch wir haben noch. Ich hab fünf Scheiße. Los. Oh mein Gott. Jetzt kommt der Hund mit seinem Geistding her. Wenn du die pflanzt, bring... äh, hier um... Nein, ich bin fast verrückt. Was hast du denn gemacht mit dem Busch? Die gepflanzt. Ich bin fast kaputt im Kopf. Gib her, gib her mit deinem... gib dein Mist her. Ne, die Scheiße auf die Büsche. Warte, warte, warte. Nicht auf die Büsche, nicht auf die Büsche. Hier auf die Pflanzen. Die Büsche bringen erstmal gar nichts. Na, ich hab... ich hab... Ah! 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 Wir werden so sterben. Ah! Was hast du getan? Warum? Ich muss Essen kochen. Ich kann nicht. Ich hab die Oberschiene fallen lassen. Nein, ich hab die Oberschiene fallen lassen. Die greift Chester an. Ich muss kochen. Lauf, Chester. Lauf, Chester. Lauf. Waaah. 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 Ich bin eventuell in einen Fliehenstock reingeblasen. Warum tust du sowas? Helfer. Kannst du dich nicht verjagen oder so? Das ist doch laut. Mach doch mal deine Schwester an jetzt. Geht nicht. Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Jetzt wird mal die Tark. Ah! Ohohohoho, nee, nee. Chester, komm Chester. Ich bin fast verrückt, ey. Ah! Jetzt... Weg, 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 hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier. Na! Wir werden da blicken. Chester in Ruhe. Die Bienen verfolgen uns immer noch. Ah! Ah! Wieso? Ah, nein! Ich bin fast tot! Lauf, Jun, lauf! Chester, komm! Wir müssen sie, glaube ich, weglocken, die Bienen. Alter, weil die Sicht... Wir müssen einfach weggehen. So, jetzt sag mal, wo die Spinnen sind hier. Hier oben. Auf der anderen Seite des... des Wassers. Ey, ich bin fast verrückt, ey. Wir sind... Wo sind wir denn schon auf der richtigen Seite? Ja, wir sind... Hä? War noch hier gerade. Ich hab nur noch 13. Der Seite müsste das sein. Nee, Quatsch, noch weiter da oben. Weiter da oben! Oh, da kommt der Geist schon wieder angeflogen. Oh Gott, ich hab oben... Oh, ja, ich geh. Nein, ey. Mein Hirn. Mein Hirn. Wenn meine Schwester jetzt nicht angeht bei den Spinnen, ne? Da links. Da links. Das ist aber im Sumpfgebiet. Ja, ich weiß, aber da sind Spinnen. Na, ganz klasse. Was soll ich machen? Da kommt ein Tentakel, da kommt ein Tentakel. Oh Gott, wie werden sie sterben? Ich bringe Seeds. Toll, als Geist? Ja, ich haunte die Seeds und dann springen die nach Norden. Wo sind denn hier Spinnen? Da links. Ah, scheiße. Das sind doch hier unten. Hier sind überall Tentakel. Pass auf, siehst du das? Hier links, hier links. Hier, hier, hier. Da kommt ein Tentakel. Oh Gott. Hier ist ein Spinnennetz. Oh mein Gott. Was ist das? Jetzt habe ich nur noch neun liegen. Komm schon, Abigail, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommen sie. Abigail, komm schon. Aber die Tentakel greifen auch die Spinnen an. Vielleicht haben wir Glück. Das ist einfach im Kreisrennen, oder wie? Pass auf, da kommt ein Tentakel. Fester. Da, da. Ich bin fast tot. Oh, ich auch. Oh Gott. Ich verhungere. Nein, ich verhungere. Ich glaube, wir werden gleich sterben. Ich glaube, es kann nicht mehr sehr lange dauern. Nein. Weil, wenn ihr nämlich auch alle tot seid, dann werde ich schneller verrückt. Und wenn ich verrückt werde, ist es vorbei. Oh nein. Oh nein. Wir kommen mit dem zurück. Bei. Oh, ne. Oh, hier, hier. Kaninchen. Ich glaube, ich bin gleich. Ich hange mich hier um. Nicht, nicht, nicht. Ja, ich mache nichts, ich mache nichts. Das Leben als Geist ist ein einfaches Leben. Ja, sehr schön. Wenigstens einer hat Spaß. Jag die doch rein und buddel die nicht aus. Ja, ich versuch's ja. Das ist ganz so einfach. Nicht, 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 nicht. Ich mach da gar nichts. Ich mach da gar nichts. Ich mach da gar nichts. Oh Gott, bei mir sind alle, alle Balken, die ich habe, sind bei mir ganz unten. Ich seh die fast kaum noch, ey. Ich muss zurück. Ich muss die Kaninchen nicht machen. Ich sterbe. Gott. Ich bin so gut wie tot. Verdammt. Ich brauch jetzt irgendwas zu essen hier. Nein. Finde irgendwas. Total. Sind die Bienen eigentlich noch da? Ne, die sind weg. Nein, sie zieht. Ja, rum. Oh, ein Samen. Samen. Ah. Wenn du noch einmal, ne, in so einen Bienenstock reinfliegst. Ich hatte keine Ahnung. Ne, ne. Du hast Bienenstock gesagt. Nein, ey. Ich seh schon, ich seh schon die, die, die Adern in meinen Augen, seh ich schon. Ja. Ist den Schmettern... Nein, die Halluzinationen greifen mich an. Nein. Nein. Nein, er ist gestorben. Nein. Der ist auch ein Geist. Na du. Jetzt kann ich in die Bienenstöcke reinfliegen. Wie geil ist das denn? Da ist ne böse Biene. Abigail. Kommt Chester. Abigail hilft mir.